Moin Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Freedom. Mit dabei ist German Let's Play. In der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben die Argana inklusive von Pingling zumindest aufhalten können. Haben hier eine riesige Explosion verursacht mit einer Nuka-Granate. Also diese Explosion ist schon... Guck, was ist das? Der ganze Bohnen ist einfach voll. Das ist eine geile Granate. Da müssen wir mal mit Professor Ende reden. Vielleicht kann der auch sowas herstellen. Jetzt geht es aber wieder zurück nach Hause. Dein Sohn, was ist mit dem? Ja, der kommt mit. Der kommt mit. Man, und kein Pingling 2.0. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Und, meine Damen und Herren, ich habe auch einen Entschluss gefasst. Ich habe jetzt ja hier noch einen Jungen. Und, ähm, Cameron und ich haben uns unterhalten. Und wir haben entschieden, wir wollen keine weiteren Kinder mehr. Wir wollen es nicht ausarten lassen wie German Let's Play. Was? Ja, Manu, wir müssen auch verantwortungsvoll mit dem Leben unserer Kinder umgehen. Und du hast schon längst die Kontrolle über dein Leben und das deiner Kinder verloren. Alter, wie viele Leute sind denn hier? Ich habe gar nichts verloren. Und das war geplant, Alter. So, zackig, knackig. Oh. Ja. Äh. Ja. Was ist hier los? Was ist hier? Ja, keine Ahnung. Wer fehlt denn hier? Überleg mal. Geißte. Was denn? Der Xau, der L. Jackson ist weg. Der ist wohl immer noch beim Schiff. Ach, Mann, ey. Ich dachte eben schon so, hä, ich habe doch die da und so in Sicherheit gebracht. Alter, was ist denn hier für eine Klo-Party? Wieso steht die alle an? Ey, ey, das ist doch... Xandra? Okay, also da muss ich echt mal wieder aufräumen. Die Frau von Mario ist hier nach oben gegangen. Warum? Was macht die denn da? Ja, die soll in meinen Keller. Mädel, da vorne ist die Toilette. Du kannst doch hier nicht einfach... Ach, das ist... Das ist... Wer ist das? Drake! Alter, Drake der Rapper! Der ist jetzt Pekka. Krasse Masse. Was ist denn hier los, Alter? Sag mal, was haben wir denn für... Jetzt ist ja auch noch der Germelet's Play die Wache. Wie, wie, wo ist der? Hier unten bei mir vorm Keller. Ist doch gut. Wir haben auch heute noch einen klitzekleinen Auftrag. Und zwar... Hier unten ist ja... Hi, Eka Junior! Hallo, Eka! Hey! Eka! Hier unten sind die... Oh, ich wollte hier eigentlich... Ich wollte das ja mal so machen, dass ich hier wirklich perfekt reingehe. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn... Heute sind die Beerdigungen. Wir haben hier Grabsteine. Wir haben diverse Pflanzen. Die wir... Dort platzieren können. So, mal die Batterien. Ich möchte da auch die gleich mal wegtun. So, hier noch... Zackig, knackig. Als erstes möchte ich... Bombardin. Bombardin. Der beste... Schmied... Der Welt. Für die Leute, die Freedom seit Folge 1... Gucken... Wissen natürlich Bescheid. Bombardin war letztlich die erste Person nach Edgar, mit der wir hier Kontakt hatten. Der hat uns die ganze Zeit supportet. Und... Ist dann aber leider von Xaroth getötet worden. Bei einem... Ekelhaften Angriff auf Timbal. Und ja... Du kriegst eine rote Tulpe. Ich weiß zwar nicht, was sie aussagt, aber... Nun gut. Dann mal ganz kurz hier einen Rahmen. Da muss ich mal kurz gucken, ob das hier... Dazu muss ich mal die gute alte Sturmwaffel holen. Denn Sturmwaffels Kopf wurde ja auch gefunden. Übrigens, Leute, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, welchen Klon ihr vielleicht gerne als nächstes hättet. Sollen wir Smurf wieder zurück zu den Liebenden befrachten? Das war kein Abschnitt für so einiges Deutsch. Es war so... Was war da denn los? Befrachten. Ob wir Sturmwaffel klonen sollen oder irgendeinen anderen YouTuber, Vorschläge gerne unten in die Kommentare. Und ich wollte jetzt ganz kurz... Sturmwaffel... Da ist es. Kannst du mich nochmal klonen? Zwei von deiner Sorte? Ja. Also ich meine, ich bin ja mit einem schon teilweise sehr überfordert. Und ganz ehrlich, zwei Pinglings wären ein bisschen zu krass geworden, Manu. Also... Das wäre zu sick. Hier liegt Sturmwaffel. Äh... Kannst du mir auch mal einen Grabstein geben? Rest in Peace. Paluffel. Äh, ja, natürlich. Da sind eigentlich auch, glaube ich, sogar... Nee. Noch zwei. Und kann ich jetzt hier irgendwie... Doch, dahinter kann ich das ja platzieren. Und dann packe ich den Kopf. Sturmwaffelskopf. Und Smurf kriegt eine weiße Tulpe. Weißt du, was wird das jetzt? Ja. Sarut L. Jackson immer schwein auf der Titel. Dass du... Dass du auch gar nicht mehr guckst, dass du nicht wieder zurückfliegst. Sondern... Sarut L. Jackson. Ach, komm. Der bleibt jetzt da. So, jetzt müssen wir mal gucken. Äh... Wen... Ey, ganz ehrlich. Ich hab so langsam den Überblick verloren. Sollen wir auch für Pingling? Pingling... Obwohl Pingling ist ja noch nicht tot. Aber wir hatten sie ja praktisch verloren. Übrigens, hier soll... Ich werde mich in nächster Zeit nochmal nach Mods umgucken. Vielleicht irgendwie eine andere Statue... Äh, Statue-Mod. Dass wir da irgendwas... Äh, Besseres aufstellen können. Weil ich würde... Ich fand das mit den Sachen... Ich get L. Jackson ganz ekelig für diese Welt. Wie kann man das nochmal umschreiben? Äh, geht glaube ich nicht. Nein! Dann muss es, glaube ich, einfach abbauen. Ist es dann komplett weg? Oh, fuck. Oh, hier sind auch noch... Nee, nee, kannst du wieder mitnehmen. Aber noch Kerzen. Hier Smurf, eine Kerze. Für Bombardine auch noch eine Kerze. Aber so sieht das doch schon ganz gut belebt aus. Edgar, du sollst dir das hier unten nicht angucken. Folge mir, Edgar Junior. Hier, die Gefahr ist gebannt. Und ich sollte unbedingt mal nach meiner Frau gucken. Denn die war schon beim letzten Mal. Meine Frau hat Herzen verloren, ne? Ja. Also Liebesherzen. Nicht, dass die sich irgendwann tatsächlich scheiden lässt. Dann habe ich aber... Richtig geprobt. Wie soll Pedissel denn hier in dem Dorf... Junge, was macht die Wache da oben? Will die Selbstmord begehen? Guten Tag, Leute. Wer bist du denn? Ach, du bist Patricia. Oder Patrizia. Äh, Inventation. Alter, zu Hause festlegen. Ja, okay. Cameron, ich bin wieder zu Hause. Okay, Britt, die Wache, folge mir. Du kommst auf jeden Fall weg. Ich habe hier schöne Grabsteine. Die muss ich mir unbedingt gleich nochmal angucken. Leute, ihr könnt doch... Ey, diese Wachen geben mir sowas von auf den Kek. Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Junge, ich kann dich nicht... Mit wem bist du verheiratet? Mit Hazel. Schöner Name. Der Hazel. Nett, der Pfeilmacher. Hallo, Cameron. Was macht Olli, der Pfeilmacher hier? Die Junge, der hat gar keine Haare auf dem Kopf. Cameron, musst du mir irgendwas sagen? Alter, jetzt sind es nur noch vier Herzen. Ich muss hier irgendwas schenken. Warte mal, ich schenke ihr eine Plasma-Granate. Oh, was ein schönes Geschenk. Interagieren. Geschenk. Plasma-Granate. Throw away your own junk. Oh, this was a gift. Sorry. Jo, man. Cameron. Ey, wir waren früher so ein gutes Team. Seit wann können die Wachen... Achso, die meisten stehen ja auch folge mir. Cameron, ey, ganz ehrlich. Manu, was soll ich denn machen? Kann man der eigentlich ein Kind schenken? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwas tun. Kann ich doch hier einfach ein Gate... Ne, okay. Ach, jetzt kommen die da nicht mehr durch. Ach, komm. Obwohl doch, die können sich doch teleportieren. Ja. Ihr werdet... Es tut mir leid. Pack die du einfach in den Keller. Ne, 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 die kommen hier ins Gefängnis. Was? Ja, die haben die Regeln missachtet, Manuel. Ich kann die nicht einfach reden lassen. Weißt du, mich hier beleidigen, von wegen, dass ich die Leute irgendwie einsperre im Keller, Manu, Manu, ich... Mit dem Unterschied, du... Du verschleppst die ja einfach. Ich hab hier Regeln aufgestellt und hab gesagt, Leute, es kann nicht wahr sein, dass ihr in meinem Keller geht und der eine hat auch definitiv meine Frau ein bisschen belästigt. Hat sie mir gesagt. Du bleibst jetzt da drin. Hey. So leicht komm ich raus, ey. Was macht denn Olli, der Feilmacher? Junge, bleib hier. Folge mir. Du musst jetzt hier, dann kriegst du eben Einzelhaft. Nein, nicht Olli. Ja, Olli sieht echt ein bisschen komisch aus. Na, Olli, bleib hier. Ihr wartet jetzt auf euren Prozess. Leute, heute mal eine etwas gechilltere Folge, nachdem es ja die letzten Tage ein bisschen, äh, ja, um die Wurst ging. Da muss man einfach mal durchatmen, mal so ein bisschen, weißt du, ein bisschen chillen. Die Leute wollen immer nur hier Action, 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 aber man braucht mal irgendwas, um sich ein bisschen zurückzulehnen. Ne, Manuel? Ja. Hier, ich hab was für dich. Du, guck mal, jetzt bist du wieder verheiratet mit Marisa. Hä? Ja, du bist die ganze Zeit. Marisa ist deine Frau. Verheiratet mit Cameron. Ja. Awesome. Ich liebe auch meine Frau, aber... Komm mal mit, komm mal mit. Ja, warte, warte, ich komme. Ich muss kurz ein paar Sachen aussortieren. Aber wir haben halt ein paar Probleme. Weil Cameron und ich waren früher ein Herz und eine Seele. Vielleicht sollte ich mit ihr mal in Urlaub fahren oder so. Ich hab gehört, Agapulvo ist ganz schön um diese Jahre. Bist du in deinem Keller? Ja, ne, 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 bei dir im Grab übrigens. Ach, bei mir im Grab, okay. Schauen wir doch mal. Wen hast du denn? Äh, Schoenstieren. Die vergrabe ich irgendwie immer. Lillipotter wurde von Voldemort gerackt. Ach, Lillipotter. Das war eine smarte Meid. Hast du aber auch schön gemacht hier mit Egid L. Jackson. Aber ich weiß... Haben wir noch jemanden vergessen? Gab es noch mehr Tote? Ja, okay, ja. Es gab definitiv mehr Tote, aber... Ja, schon alleine meine zehn Kinder, die ich geplantet habe, als wir irgendwo in der Gefahrenzone waren. Ach, Mann, ey. Diese kleinen Wolle poppen. Ich muss unbedingt mein Haus da oben noch mal ausbauen. Wie wäre es eigentlich, wenn du vielleicht auch noch mal das eine oder andere an deinem Klotz... Also, ich... Was soll ich denn noch verändern? Gieht doch schön aus. Ja, ja, klar. Also, ich meine, wenn man das vergleicht... Es ist einfach ein Rattenloch. Ja, das soll es ja auch sein. Hier ist meine Frau eingesperrt und oben sind meine Kinder. Diese armen Leute, Alter. Guck mal, nur wenn ich hier runtergehe, rattert schon dieser Text komplett durch. Das ist echt. Das ist schon fast kriminell. Alter. Also, wir müssen auf jeden Fall mal gucken... Ich würde echt gerne mal eine Zählung durchführen. Warte mal, ich muss unbedingt mit Professor Ensel mal talken. Denn Professor Ensel hat ja noch mein Schwert, was hoffentlich bald fertig ist. Und auch wenn Pingling... Meinst du doch auch? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Weil Pingling hat gesagt, dass es hier uns Probleme machen wird, wenn wir weitere Weltraumreisen unternehmen. Man kann hier übrigens auch... So, zack. Das hatte ich auch noch gar nicht gezeigt. Hier, Wettrennen ins Weltall. Man kann hier nämlich eine Flagge bearbeiten. Warte mal, könnte ich jetzt hier... Team... Ups. Team... Kürbis... Tumor? Und dann kann ich... Flagge bearbeiten... Ey, den kann ich... Kann ich hier malen? Warte mal, was mal ich denn? Ähm... Wie malt man denn Kürbis-Tumor? Ich kann einen Moorhuhn malen, Leute. Zieht euch das rein. Ein Kürbis mit... Tumor, der oben rausguckt. Fack. Also ein offener Kürbis. Ja, warte, ich mal gerade einen Moorhuhn. Alter, vor... Och man, warum sind die denn hier? Zack. Alter, Leute, das ist das krasseste Moorhuhn der Welt. Kann man das erkennen? Ja, oder? Warte. Zack. Nee, ich glaub, du kannst das nicht sehen. Nur ich. Guck mal, da sind die Arme. Die sind ein bisschen stochig. Aber da sind die Augen. Warte mal, er hat keine... Er hat keine richtigen Haare. Oh Gott, jetzt... Jetzt hab ich ein bisschen in sein Gesicht gemalt. Okay, zurück. Tja, Team Kürbis-Tumor. Spiel ein Zug. Wo bist du denn? Äh, ich bin bei Professor Ente. Dann komm mal dahin. Anmerkung, Spieler müssen in Reichweite sein. 25 Blöcke. Oh. Dann port dich mal dahin. Ja. Du musst halt durch dieses... Transport Terminal. Terminal. Warte kurz. Bin sofort da. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Ist hier eigentlich irgendwas in den Kisten drin? Hier hab ich mein erstes Chocobo bekommen. Ey, diese ganzen Erinnerungen. Es steckt mir sowieso, was seit irgendwie Folge 1 hier passiert ist. Ist einfach frickin' Bananas. Bist du da? So, und ich bin da. Ach, der. Okay, warte jetzt. Wettrennen ins Weltall. Spieler hinzufügen. Da, German Let's Play. Einladung senden. Ah. Join Race. Warte. Join Race. Ah. Ah, ich seh's. Siehst du jetzt beim Ohren? Das ist einfach weltklasse. Das ist einfach nice. Oh, da sieht man's schon. German Let's Play has joined the Space Race. So, Leute. In der nächsten Folge werden wir mit Professor N. reden. Werden dann hoffentlich unser neues Schwert bekommen. Und dann geht's aber sowas von, äh, vielleicht mal wieder ins Weltall. Lasst euch überraschen. Oh, wir müssen auch unbedingt noch die Mauer ein bisschen reparieren. Leute, morgen 14 Uhr geht's weiter. Leute, es war heute eine ziemlich chillige Folge. Schaut bei German Let's Play vorbei. Lasst eine Bewertung da. Alle, ganz ruhig, Manuel. Ganz ruhig. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.